halli hallo hallöchen und willkommen zu teil 4 beim ägypten journal im design team funkelkram so die sind schön getrocknet hier habe ich einfach nur eine gummiband dran gemacht das ist dann zum zumachen und hier habe ich mir noch eine öse gemacht weil die restlichen perlen hört man wie ein glöckchen da habe ich nämlich die charms und die perlchen gefällt mir ganz gut und das kommt dann hier hinten dran ne der karabiner kann ich nicht mit links bedienen tut mir leid muss ich mit rechts machen jetzt riecht mich ein bisschen auf weil das geht schon mal von alleine auf und das finde ich blöd also werde ich da jetzt etwas ändern dazu mache ich mir zweimal papierklebeband so ecken und jetzt muss ich gucken dass hier die dinge auseinander können das sind nämlich mini mini ach gott der hat durch das ding funktioniert durch den finger ja toll ist jetzt auch dran danke sehr schön von dir den klebe ich hier hin hier oben hin so und man den klebe ich hier hin so und jetzt gut der trick 17 auch nicht klappt das alles so wie ich mir das denke das weiß ich nämlich noch nicht das ist die klebefläche und dann zack wird zack wird der soll ja nicht so bombeisch halten ne er soll aber doch ein bisschen halten ja super danke das ist nicht meine will das ist nicht meine will das muss vom inneren drücken können ne das hält nicht das hält nicht das hält nicht halleluja ach ja ich habe es damit nicht also mal knete baue ich nicht hier ein geht nicht das überall fest aber nicht da gut dann mache ich das anders rutsch mir noch die Buckel runter du blödmann ich könnte noch mal mein wasser wieder frisch machen schon wieder ganz schön zu ihr sollt ach da wird doch was ist da kleber dran zack jetzt habe ich was jetzt habe ich was so das hält mir mal nicht richtig ne was ist blöd ist das das hält mir immer noch zu leicht auf ich habe die da immer mit einem tütchen in der lampe hängen hier habe ich noch welche diesen aber frage mich jetzt nicht wo ich die magnet die hier kaufen das weiß ich nehme die haben schon lang sehr sehr lang ja soviel steht fest und ich packe die da einfach immer an die lampe im alten bastelzimmer hatte ich ja sag ich mal ein regal aus dem metall halter da waren ja die metall halter und die bretter ja und an dem metall halt dann habe ich ja nicht mal dran gedengelt ne immer so klatsch und da hängen die schön alles was ein magnet hat hing da ja ach pläst doch da pleb da da danke so Ich ziehe sie doch. so jetzt sind wir drei magnete wenn das netter weiß ich nicht es hat ja das hat geklappt ja also jetzt haltet immer von alleine das war ja auch sinn und zweck so jetzt brauche ich hier hatte man sieben mal das ist wieder lustig ja ist hochspielung nicht weil so dass man ja ein bisschen 25 mit jams 7 und dann 20 ja da kann halbe zentimeter kommen das ist ungefähr ein halber zentimeter ja passt prima so und jetzt sieben sechs sieben yep ja doch ich hatte ganz sieben aber ich wollte ja nicht ganz sieben ich wollte ja ganz klein bisschen weniger ganz klein bisschen weniger zwei millimeter weniger das tut es nämlich dann geht das hin weil da ist ja der knick und da fällt die pappe auch so ein bisschen ab und ich finde das doof so ist prima das gefällt jetzt möchte man hier richtig schön damit ich auch sehe ob es wirklich gerade ist dann brauche ich das ding das ist eigentlich wenn man patchwork macht ne aber gut ich nehme nur für sowas ja wo haben wir dann hier ungefähr die hälfte ach ist doch auch real komm so und jetzt kommt darauf an wie viel mache ich jetzt wie viele signaturen ein zwei drei vier fünf sechs sechs dünne oder eins zwei drei vier aber ja doch dass wir doch gehen ne 1, 2, 3, 4, ne, das ist an einer Seite, ist es, mehr. Das ist nicht hier, also müssen wir so machen. Dann passt das. Okidoki. Also dreieinhalb haben wir hier. Dann nehmen wir hier einen Zentimeter. Und hier einen Zentimeter. Dann nehme ich hier einen Zentimeter. Und da einen Zentimeter. Und dann lasse ich vorne und hinten. Dann kann ich noch irgend satt im vorderen Hinterteil mit, also in den Buchdeckel mit einarbeiten. Ne? Ja. Das wären fünf. Denn ansonsten, wenn ich da noch mal, das flitze knapp am Rand. Das geht nicht. Dann bekommt das Ganze den ganzen Tag keinen Halt mehr, ne? Und das wollen wir ja nicht. Ne. Das wollen wir ja nicht. So. Jetzt gucke ich hier noch. Komm. Da ist die Löcher mal ein bisschen mehr. Da kann ich die hier auch was besser sehen. So. Gut. Gut. Okay. Dann gehe ich da bei der 8 an. Und. Ja. Hier sind wir so ungefähr. Und hier dann bei der 1. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1, und, na komm, 8, 1, 8, 1, roll roll, so, und jetzt wird das alles gemacht. Da fällt mir ein, wo ich eigentlich der eine Stempel, ach so, der ist auch im Stempelwaren, ja, den sollte ich immer nehmen, obwohl der passt hier, der so gut dazu, der Kalligrafie-Stempel mit den Schnorkelchen, finde ich, oder? Ach, ich gucke mal. So, ja, das ist ein bisschen wuckelig, das macht aber nichts. So, jetzt müssen wir uns noch einnähen, das wird oben und das wird unten. Das ist ganz wichtig nachher für die Signaturen, damit die auch am gleichen Dingsbums gelockt werden und nicht am falschen. So, und jetzt färbe ich das noch ein bisschen ein. Hab ich nicht? Doch, ich hab, ich hab. Wenn du jetzt noch kommst, bin ich glücklich, du. Oh, reicht doch. Reicht doch. Oh, toll, der Tisch wackelt. Schlimm. 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 Ja. Hier hin. Und das Ende auch noch. Und die, die mich kennen, die mich schon länger kennen, die wissen, das hier, das schmeiß ich nicht weg. Nein. Das wird noch benutzt. Für was weiß ich noch nicht. Ob ich das auch in dem Journal benutze, weiß ich auch nicht. Sieht doch cool aus, das muss doch, ne? Ja. Das halt nicht. Gut. Jetzt haben wir hier oben und da haben wir unten. Das ist doch toll. Und zack, sieht die Pappe ganz anders aus. Das ist doch jetzt. Und wenn ich die dann da einklebe... Ja. Nun ist es mal aber noch ein bisschen... Ach, wie soll ich das sagen? Ne? Denn die Ecken, die pappen sowieso oft, ne? Da kann ich so vorher schon abschneiden, ne? Das ist gut. Ja. Das ist da über den Rand, da muss ich das sowieso noch drüber gehen. Ja. Ja. Da fällt mir doch... Gut. Sehr gut. Dann heißt das... Jetzt muss ich mal grad gucken, wie lange wir schon dran sind. So. Und jetzt geht es an die Signaturen. Da, 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 da. Wo ist mein Packpapier? Hier. Und hier. Ja, die beiden Tüten, die kann ich auch mit einbauen. Auf alle Fälle. Ne? Das macht sich auch gut. Ja. Ne, zwei gibt das nicht. Oder? Doch. Durchaus. Die müssen ja nicht in voller Länge sein. Die müssen ja nicht in voller Länge sein. Die müssen ja nicht in voller Länge sein. Zuerst schneide ich mal da eine hier ab. Ja. Zack. Und das hier. Das geht schon auch so, ne? Das geht auch so. So. Und da teile man das auch so ungefähr quasi in etwa so ungefähr mit. Quasi in etwa. Passt. Den hier. Den schneide ich hier ab. Und da. So. Und jetzt habe ich da schon mal hier nicht dran rumgepritzelt. Jo. Das halte ich da mal ein bisschen tiefer. Ja. Da darf ich auch ein bisschen zerknautscht sein. Ich meine. Überleg ich mal. Wie lange das in der Pyramide war, ne? Ja. So. Ja. Mal sehen. Etwas. Ohne. Etwas ohne mehr. Ja. Ohne. Ja. Ja. Ich meine. ja hier ist ein loch das macht aber nichts ich dekoriere ja noch da wieso ja und da kann man dann auch noch was reintun was weiß ich nicht das sehen wir dann die mussten ja nicht mehr als solches rein und die kann ich auch so rein tun also überhaupt problem jetzt holen wir hier noch ein bisschen ich habe gott und weggelebt. Jetzt herbe ich mir natürlich die Finger wieder schön braun, damit ich nachher auch viel davon habe, wenn ich mir eine Hände wasche. Aber die Farbe geht wenigstens etwas leichter ab als die aus der Flasche. Die war ja echt heftig. Sieht doch schon ganz gut aus. Dann machen wir das hier auch. Die eine Tüte war ein bisschen mehr zerknautscht. Gut, hätte ich jetzt hier bekommen. Da näht das nämlich auch noch eine richtig schöne interessante Färbung, wenn da Knitter sind. Da die Knitter ja wieder, da ist das Papier dann ein bisschen gebrochen und das nimmt ja dann die Farbe anders auf, die Farbe. Ja, ja. Ach Gott. Aber mit den Perlen, da wusste ich ja nicht, dass das so viel Arbeit sein wird, was ich da gemacht habe. An dem Buch rücken, das war ja über eine Stunde insgesamt. Ihr wart ja bei einem Teil ja nicht dabei. Ja, und das Ding kommt hier. Das hat auch ganz schön lange gedauert. Nein, da klebe ich nicht nochmal extra fest. Das kann ruhig so sein. Ja. Gott. So. Als nächstes. Da suche ich mir dann noch einiges an Packpapier. Ich meine, suchen ist gut. Das leid ja nicht. Das liegt hier echt an der Seite. Aber, ähm, das muss ich ja erst noch alles zuschneiden. Also, das werde ich machen und dann schon mal gucken, was ich da an Kleinigkeiten nehme, um dann die Seiten auch zu verschönern. Denn zum Teil werde ich das Papier fetzen. Das steht schon mal fest. Oh, da fällt mir doch ein. Da fällt mir doch ein. Da fällt mir doch ein. Was ihr aber noch machen könnt. Wenn du seid, hole ich weg mit dir. Ich wollte hier ja auch noch was innen dekorieren, ne? Ja. Das wollte ich ja auch noch. Da könnte ich... Ne, die Hieroglyse nicht. Die würde ich doch ja nicht nehmen. Aber hier, das ist auch zu schade, ne? Das könnten wir irgendwo mitten rein nehmen in der Seite. Da werde ich aber dann den Rand abschneiden. Ja. Ja, was haben wir denn hier noch Schönes? Für der Innen rein. Muss ich mal gucken. Ne, das ist für im Journal. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist doch schön. Die Nofretite. Und hier das. Jo. Also. Tue ich jetzt erstmal so. Oder? Ne, Quatsch. Ich kann doch erstmal hier so hoch. Ja. Erstmal so. Und an der Seite wieder noch was weg. Ne, ist immer noch was zu breit. Dann machen wir hier noch was weg. Ja, man könnte messen. Ich weiß. Man kann doch sein lassen. Ja, ich bin schlimm. Ich messe nie. Also höchst selten. Und dann lösch mal was aus. So. Ach. Komm raus, komm raus. Du bist noch ein bisschen zu groß. Hier nochmal was ab. Und an der Seite auch. Die sind eigentlich beide gleich. Ja. Hier kann man nochmal was abmachen. So. Jetzt. Jo. Das krieg ich wunderbar rein. Geklebt. Dann kommt jetzt die Nofretite. So. Und hier kommt. Das. Ja. So. Und hier kommt. Das. so ist gut passt jetzt, wackelt und hätt Luft das kann weg die halt ich mal die haben ich da hinten guck ich mal, da ist das ein Perlmach die kann ich auch noch dabei holen das ist ja auch kein Thema das kommt hier rein und das kommt da drauf ja, ne? wir können noch weil die Pappe steht ja doch ja, ich nehm links und rechts noch so einen ganz schmalen Streifen weg weil das ist doch ein bisschen viel weil mit der Ecke da da krieg ich eh nicht geklebt so, dass das ordentlich und schön aussieht ja ja, das ist besser jetzt noch ein bisschen noch ein Müh ab gut 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 ja jetzt ist gerade klein, wie es jetzt so kurz macht er noch nicht jetzt brauche ich meinen großen Pinsel jetzt brauche ich meinen großen Pinsel da brauche ich mir hier so das ist eins von den Püchen von Teil 1, Teil 2, ich weiß nicht mehr ich meine Teil 1, ja ja und da hole ich mich dann ach ach oi oi den Kleber ich weiß nicht mehr das ist das das ist das Vielen Dank. Und bis zum nächsten Teil, da schneide ich dann noch, ja, tue ich vorbereiten, packt Papier zu. Na? Oh, guck mal, das ist doch echt wieder für, irgendwie beim Tapezierer. How are you this? Nö. So. Gut. Kuckuck. Ja. Und deswegen halte ich die Tücher auch schon mal am Seite liegen. Die kommen ja trotzdem nochmal neben zum Abwischen. Die sind dann trocken und ja, geht trotzdem. Da kann man nämlich noch wunderbar Klebstoff mit weckwischen. Ta-dum. 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 Komm her. Ja. Ja. Ja, noch. Ja. Hier mit Knubbels, weil da die Kordel drunter ist, ist nicht so schön, aber gut. es wird jetzt prima, gut, fertig, das darf jetzt trocknen. Und dann, boah, ich spiele mal eben Deckel hier auf. Bisschen Gymnastik, ne? Ja. Ja. Und dann entsorge ich das Altpapier. Und bis zum nächsten Teil ist das hier auch getrocknet. Das fällt mir gut. Ja. Und dann machen wir weiter mit den Signaturen. Jawoll. Ja. Ja. Da bleibst schön gesund, ne? Und munter. Pass gut auf dich auf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.